Hallo Fotofreunde! Endlich ist es soweit und ich darf über etwas reden, was ich bis jetzt noch nicht durfte, weil es noch geheim war. Warum sitze ich jetzt hier alleine in meinem dunklen Studio? Das könnte ich sagen, damit es keiner mitkriegt, aber ihr dürft es jetzt ruhig mitkriegen, weil deswegen mache ich dieses Video. Ich halte mal exemplarisch zwei Dinge in die Kamera, Bier und Nüsse. Bier und Nüsse deswegen, weil die könnt ihr essen und trinken, wenn ihr zu Fotokoch kommt. Wir haben ein neues Format, eine neue Marke, ein neues Brand uns ausgedacht für euch. Stammtisch war gestern, heute nennen wir das Ganze Frame Club. Was soll der Frame Club sein? Ja, das kann ich vielleicht kurz zusammenfassen. Das ist eine wiederkehrende Veranstaltung und zwar alle zwei Monate bei Fotokoch in der Shadowstraße. Maximal 30 Leute. 9 Euro kostet der Spaß. Dafür gibt es wie gesagt Bier und Nüsse, aber natürlich auch andere nicht-alkoholische Getränke. Wir möchten ein bisschen weg von diesem altertümlichen Stammtisch, von diesem Workshop-Feeling. Da steht eine Couch, da darf ich dann drauf sitzen. Ja, worum geht es? Natürlich um Fotografie. Es soll unterhaltsam werden, es soll kurzweilig werden und es soll euch zum Mitmachen und zum Sprechen über Fotografie anregen. Ich werde so ein bisschen den roten Faden vorgeben, aber ihr seid natürlich zur Interaktion, zum Gespräch mit mir aufgefordert. Nachdem der offizielle Teil, der ungefähr so 90 Minuten dauern wird, vorbei sein wird, haben wir natürlich die Möglichkeit, einfach in kleinen Grüppchen, in kleinen Runden, ja, über die schönste Nebensache der Welt, die ich fast gesagt über die Fotografie zu quatschen. Soviel zu dem Grundthema. Wir werden immer ankündigen, worum es im Speziellen gibt. Die Eröffnungsveranstaltung Anfang Oktober, da geht es um Abenteuerfotografie. Ich möchte euch mitnehmen auf, ja, ein Abenteuer, was ich glaube vor zwei Jahren erlebt habe. Natürlich unter dem Vorzeichen der Fotografie. Und wenn ihr euch fragt, wie diese Zahl, die ich jetzt da unten im Bild hoffentlich einblenden kann, auf dem Taxometer zustande kam, oder was dieses kleine schwarze Etwas auf dem schneebedeckten Hügel sein mag. Tja, ihr wisst schon, dann müsst ihr vorbeikommen. Und zwar zum Frame Club Fotokoch im Oktober. Verlinkung werde ich unter das Video machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich glaube, es wird wirklich eine kurzweilige, informative und spannende Veranstaltung. Ich freue mich. Tschüss. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!